Ich muss ihr ein guter Sohn sein. Und was immer noch sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass sie noch genau so fühlt. Sie fühlt ganz, ganz eng. Eine Palliativmedizinerin, mit der ich gesprochen habe, die meinte, das Herz hat keine Demenz. Und da ist wirklich sehr, sehr viel dran. Und sie lacht immer noch über gute Jokes, über versaute Jokes. Wir haben immer noch den gleichen Humor. Und mittlerweile habe ich so ein Comedy-Set für sie aufgebaut. Das ist ja das Schöne an Alzheimer. Ich kann die gleichen Witze immer wieder erzählen. Das ist stark, ja. Und mittlerweile habe ich ein Set, das ist so hochspezifisch auf meine Mutter ausgelegt. Wirklich jeder Joke ist ein Brüller. Und das funktioniert immer noch sehr. Weil du auch weißt, welcher Witz zündet und welcher nicht. Ich weiß genau, welcher zündet. Und wenn sie schlechte Laune hat, miteinander lachen. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und das funktioniert hoffentlich noch für eine ganze Weile.